Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Angular. Heute geht es weiter und zwar wollen wir uns heute mit den Konfigurationsparametern auseinandersetzen. Vergebt mir bitte, wenn ich euch da teilweise ein bisschen arg langweile, dann sollte es wirklich so sein, überspringt dieses Video, falls ihr es nicht braucht und kommt drauf zurück, falls ihr es auch wirklich braucht. Der Grund ist folgender, ich möchte euch eine möglichst komplexe und komplette Serie auch liefern. Das heißt etwas, was dann am Ende nicht irgendwie, ja und wie mache ich das, wie mache ich das, wie mache ich das, sondern ich möchte euch tatsächlich auch diese vielleicht erstmal unnötigen Konfigurationsparameter zeigen, aber man braucht sie in manchen Fällen eben halt doch, wenn es auch nicht gerade alle sind und deswegen ist wichtig zu wissen, was die alle können. Speziell sei hier natürlich auch immer wieder das Community Projekt genannt, aber das dürfte mittlerweile klar sein. Okay, was heute ansteht, ist diese wunderbare Angular CLI JSON Konfigurationsdatei. JSON ist meistens irgendwie Konfiguration und ihr seht, ich habe hier auch wunderschönes Syntax-Highlighting, das heißt das, was vorne steht, das ist bei mir so komisches Lila und das, was hinten dran steht, ist eben in Grün. Und ja, dadurch ist vielleicht ein bisschen klarer, was zu was gehört. Okay, in der Angular CLI JSON, also in der Datei, die wir gerade aufgemacht haben, findet ihr die wichtigste Konfiguration und die ganzen Einstellungen, die wir eigentlich brauchen für unsere Anwendung. Und die verweisen im Endeffekt alle auf die anderen Einstellungen, das heißt ihr seht hier, was für eine TypeScript Konfiguration wir benutzen, das steht in tsconfig.app.json. Was wir für ein FAV-Icon benutzen oder was wir für Assets benutzen, das finden wir hier. Und ja, im Endeffekt ist hier eigentlich angegeben, was für Konfigurationsdateien wir überhaupt haben. Das ist so der Sinn von der Angular CLI. Und ihr seht hier natürlich, es gibt noch andere Konfigurationsdateien. Wir werden nicht durch alle durchgehen, das dürfte auch klar sein, weil sonst wird es zu langweilig, aber wir werden durch einige durchgehen. Zumindest grob mal. So, wir gucken jetzt einfach mal ganz kurz durch. Schema, da finden wir das Schema, wer hätte es gedacht, werden wir noch nachher behandeln. Hier Projekt, das ist der Name im Endeffekt, den ihr eurer App gegeben habt, in unserem Fall meine App 2, beziehungsweise mit Bindestrich hier drin. Dann hier diese Apps, die sind vielleicht gar nicht so unwichtig. Apps bedeutet in dem Fall die Kernkonfiguration von unserer App. Und hier sehen wir Root, das ist unser Kernverzeichnis, das heißt, da ist alles drin, also an Quellcode tatsächlich. Das ist SRC, das ist ein Verzeichnis und das findet ihr auch hier. Hier findet ihr alle weiteren Dateien. Wenn ihr diesen Ordner nicht SRC nennen wollt, sondern warum auch immer irgendwie anders und ihn hier umbenennt, dann müsst ihr das auch in dieser Angular CLI.json veranlagen, damit das hier auch wirklich dann bekannt gegeben wird sozusagen. Dann, outdir, das bedeutet so viel wie, das ist das Verzeichnis, das wir bekommen oder das angelegt wird und das die kompilierten Dateien reingesteckt werden. Das heißt, hier wird ein neues Verzeichnis angelegt namens dist und dort stehen dann die ganzen kompilierten Dateien drin. So, also sozusagen mein Ausgabeverzeichnis ist deswegen eben outdir. Hier, Assets sind die statischen Inhalte, die wir uns angucken wollen. Das heißt, hier in Assets sind, also Achtung, die bezeichnen sich alle hier auf diesen Unterordner, also in SRC drin. Root bedeutet, das ist der äußerste Ordner und alles innen drin dann. Das heißt, diesen Dist Ordner, den haben wir hier auch noch nicht drin, der kommt da aber auch noch rein. So, in Assets haben wir die statischen Inhalte, was bedeutet statische Inhalte? Bilder meistens. Oder in unserem Fall einfach nur ein Git Keep, was sowas ist wie eine Git Konfiguration. Git ist eine Versionsverwaltung, machen wir jetzt aber hier an der Stelle noch nicht. So, zusätzlich zu dem Assets Folder oder Assets Ordner haben wir auch noch ein weiteres Bild und zwar das Faf-Icon.ico. Das ist ein Bild, das sich auch in dem Ordner SRC befindet. Allerdings findet ihr es, ah doch, man findet es, hier ist es natürlich, Faf-Icon.ico. So, das heißt, die beiden sind auch in dem Ordner SRC drin und da findet man sie. Okay, Index ist eure Hauptwebseite, das heißt, da wo im Endeffekt alles drauf läuft, eure Startseite im Endeffekt. Index.html ist dann eben unsere Startseite. Dann Main ist eure Main TypeScript Datei, das heißt, da wo TypeScript im Endeffekt die Hauptdatei drin hat. Das wäre Main.ts. Also, die Index.html, das ist die, die wirklich die Anwendung startet, also da, wo man auch wirklich dann was drauf sieht. Während die Main.typescript, das ist die Datei, die JavaScript nachher enthält oder eigentlich ist es TypeScript, das dann wirklich auch euren Code lädt. Also, das ist wirklich nur die Datei, die anderen Code lädt. Das ist das Komische da dran. Das ist nur irgendwas, was anderes lädt tatsächlich. So, Polyfilz, weiter geht es im Kontext hier. Polyfilz beinhaltet die Datei mit importierten Polyfilz, was das ist, werden wir uns noch genauer angucken. Test sind die Testdateien, die ihr habt, also das heißt, oder besser gesagt, die Konfiguration für die Testdateien. Dann kann nämlich auch in TypeScript einen automatischen Test ausführen und die werden dann hier drin konfiguriert, die Tests, also in test.ts. So, ts.config ist wiederum die TypeScript-Konfigurationsdatei, das habe ich vorhin schon gesagt. Test.ts.config ist die TypeScript-Konfigurationsdatei für die Tests. Prefix bedeutet so viel wie was, also hier sehen wir auch wieder den Ordner, Prefix. Das ist das, was vorne dran steht bei Komponenten. Wir sehen hier Komponenten, also einmal app.module.ts oder app.component.ts. Überall steht app vorne dran und deswegen haben wir hier den Prefix app. Ja, das ist es tatsächlich. Styles haben wir nur einen hier, das ist die styles.css-Datei und mehr gibt es jetzt aktuell noch nicht. Man kann hier aber mehrere eintragen, das heißt, wenn ihr einen neuen Style habt, dann müsst ihr den hier auch in Styles eintragen, sonst wird das nichts. So, Scripts, ja gut, Scripts sind ja eigentlich was, was wir die ganze Zeit hier schreiben. Aber, wenn ihr neue Bibliotheken benutzen wollt, also sowas wie jQuery oder irgendwas anderes, dann müsst ihr die hier eintragen in Scripts. Tatsächlich, das ist auch wieder ein Array, das heißt, ihr tragt hier genau wie hier oben, wie Styles eingetragen ist, tragt ihr da halt einfach die Bibliotheken ein, die ihr benutzen wollt. Okay, Environment Source, ähm, naja gut, das sind, oder zusammen mit Environments, das sind die Konfigurationsdateien für verschiedene Umgebungen, sage ich jetzt einfach mal hier. Das heißt, wir werden uns damit noch ein bisschen genauer auseinandersetzen, wir können auch direkt mal rein, oder, nee, wir machen das mal anders, ähm, und wir sehen hier im Endeffekt, Umgebungen sind sowas wie Dev oder Production, also Prod, das heißt, wir haben hier einfach Umgebung, einmal eben eine Entwicklungsumgebung, also das heißt, was zum Testen, was wir quasi gerade tun, und einmal haben wir eine Production-Umgebung, das heißt, das, was auch wirklich rausgegeben wird, das sind sozusagen Environments, und die Environment Source hier oben, das ist die normale Environment im Endeffekt. Okay, das heißt, wir sehen hier auch, die Dev ist die normale Environment bei uns gerade aktuell. So, jetzt sehen wir hier unten, es geht weiter, wir sind nach den Apps hier fertig, und zwar in E2E geht's weiter, und dann haben wir noch Lint, Test und Defaults. Okay, E2E, was bedeutet E2E erstmal? E2E sind genauso wie hier unten Test, ähm, Testumgebungen, die euch, ja, Tests liefern, allerdings gibt's einen kleinen Unterschied, Tests sind normale Unit-Tests, das heißt, wir testen einzelne Komponenten oder einzelne Methoden sogar auf ihre Funktionen, deswegen Unit-Tests, End-to-End- oder E2E-Tests, also Ende-to-E-Tests, sind wirklich Feature-Tests, das heißt, hier kann man wirklich auch einzelne Features überprüfen auf ihre Korrektheit, und das ist schon ein ziemlich cooles Ding, werden wir uns auch noch genauer angucken. Auch Lint sind Test-Werkzeuge, und zwar Tests zur statischen Analyse, ähm, was das genau ist, werdet ihr in meiner Software-Engineering-Playlist erfahren, nicht hier drin, aber wir werden natürlich trotzdem, oder vielleicht doch, wir machen ein bisschen was natürlich dazu, aber, ja, Lint ist im Endeffekt die Umgebung, und hier findet ihr natürlich dann auch die Projekte und was alles nicht rein soll, also die Excludes sind immer das, was nicht rein soll. Und hier unten, Default Style Extension, das bedeutet erstmal, was für eine Endung haben normale Styles, das bedeutet, wir können hier wählen zwischen CSS, Lass und SASS, was natürlich uns auch nochmal ein bisschen mehr Flexibilität mitgibt, da kann man dann jeweils wählen, was man gerne haben möchte. Okay, so, eine Sache noch, ähm, wir gehen nochmal kurz in die Package.json-Datei, und das ist die Datei, die hier erstellt wird, damit jeder weiß, wie das ganze Ding auszuführen ist, und zwar, man kann mit npm auch Sachen ausführen, beziehungsweise starten, man muss nicht ng-serve eingeben, sondern man kann es auch mit npm machen. Was npm dann macht, ist es, es benutzt im Endeffekt die Package.json-Datei, um das ganze Ding auszugeben, also sozusagen auszuführen einfach. Und, ähm, ja, wir haben hier drin stehen, was dann im Endeffekt gemacht werden muss, denn es gibt auch npm-start, npm-build, npm-test, npm-lint und npm-e2e sozusagen. Ähm, und da sehen wir dann immer drin, was tatsächlich ausgeführt wird, also ng-serve oder ng-build, machen wir gleich noch genauer. Und, ja, ähm, hier unten steht dann, achso, hier oben steht übrigens auch noch die License immer drin, das heißt MIT, schaut euch die License es am besten separat mal an. MIT bedeutet so viel wie, jeder darf damit machen, was er möchte, und muss euch aber Credit geben, also sozusagen euch nennen. Okay, ähm, Dependencies, hier unten sehen wir auch die Version von den einzelnen Angular-Komponenten, also in meinem Fall 5.0.0 und, ja, hier add angular slash animation sind dann halt die Animationen, Common, Compiler, Core und so weiter, werden wir alles noch behandeln, beziehungsweise werden wir nicht alles behandeln, aber werden wir alles so benutzen, wie es da steht. Hier unten haben wir auch noch andere Frameworks, die wir allerdings nicht genau brauchen. Hier sehen wir allerdings noch die TypeScript-Version 2.4.2, da könnte bei euch auch was anderes stehen. Und wir sehen auch hier, dass wir Adjustment benutzen werden, ist auch ein Framework, was von Angular verwendet wird, das heißt, Angular ist wirklich einfach ein Riesending. Ähm, ja, aber das soll jetzt erstmal zu der Konfiguration an sich gewesen sein. Die hier ist sowieso die wichtigste überhaupt. Ähm, was wir jetzt noch machen, ist, wir wollen in PHPStorm tatsächlich das ganze Ding auch ausführen, das heißt, wir wollen diese Package.json-Einstellung hier benutzen, mit diesem NG-Serve, dass wir das eben hier überhaupt drin machen können. Was wir dazu machen, ist, wir gehen hier oben auf Select Run Debug Configurations und editen einfach mal eine. Gehen hier auf eine neue und wir wollen NPM. Das bedeutet, wir wollen es nachher mit NPM eben ausführen, was ich eben gerade gesagt habe. Und ja, wir wollen hier das ganze Ding, also hier erstmal die Package.json-Datei muss die richtige sein, sonst habt ihr ein Problem. Und wir wollen hier, eben haben wir die Option, einmal Start zu benutzen, wir haben Builds zu benutzen, Test, Lint und E2E. Wir wollen es natürlich jetzt erstmal starten und nennen das ganze Ding einfach Starten. So, und jetzt können wir tatsächlich hier auf OK klicken und bekommen hier oben die Option zu starten. Können dann hier auf Go klicken und dann steht hier NPM Run Start. Dann wird hier ausgeführt NGServe und das ist eben hier drin überhaupt erstmal festgehalten, was eben dieses Start überhaupt zu bedeuten hat für unsere Anwendung. Und jetzt sehen wir hier, OK, Anwendung läuft und wir können rüber switchen auf unseren Browser und da finden wir dann auch wieder unsere Applikation. OK, wunderbar. Und das ist es auch schon wieder. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Falls es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Ansonsten sagt mir, was euch nicht gefallen hat. Und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.